Warte, ich, ich. Ganz. Töte 7 im Nahkampf gepanzerte. Ein Boss. Der Fette. Den brauchen wir. Ja. Ey, wenn wir jetzt sofort bei dem sind, beiß ich mir in den Hintern. Warum? Diesmal keine Haftbombe dabei und die letzten zweimal Haftbombe dabei. Naja, egal. Den schlagen wir dann schnell darüber runter und dann haben wir 20 Punkte. Ja. Da stimmt sein Kürbiskopf auf, oder? Ja. Den gibt ja 20. Weil letztes Jahr hatten sie ja mit zu Halloween den Batscher mit Kürbiskopf. Aber da gab es nichts dafür. Es war halt bloß ein Spaß. Ja. Oh, ich mag Halloween irgendwie. Das ist cool. Gefällt mir. Ja, vor allem passt es auch irgendwie zu dem Game. Ja? Oh, einsatz. Vor allem bei Nachtmissionen leuchten ja die Augen von den Kürbissen. Das ist auch ganz geil. Ach so, bei Torkov hast du ja auch Halloween. Da rennt es Gevs mit Kürbisköpfen rum. Die leuchten auch extrem. So wie Autoscheinwerfer. Kannst du auch aufsetzen. Aber es ist natürlich Selbstmord eigentlich, weil... Ja, man hat einen leichten Sehnen. Hm. Ah. Du bist so pfiffig. Oh, ich brenne. Ah, du brennst. Mann, ich dachte, ich krieg bloß leichten Feuerschaden. Vor allem, als du angefangen hast zu rennen, da waren die Flammen noch nicht so weit. Drüben. Jetzt ist der ganze Weg entflammen. Hier ist der Kürbisköpfen. Hier ist der Kürbisköpfen. In der Weihnachtszeit haben sie ja hier den... Geil. Haben sie den ja... Dings aufgezogen. Weihnachtsmützen. Ah ja, ja. Ja, genau. Weihnachtsmannmützen, ja. Weihnachtsmützen. Ah, es ist... Wie gesagt, noch nicht hundertprozentig aus, macht schon wieder Spaß, so. Cool. Ah. Alter, was ist das? Erstaunlicher. Ja. Jetzt will er nett rauskommen, oder was? Doch. Vor allem so. So geil, ich mach die Tür auf. Hallo. Ich stehe direkt vor mir. Der alte... Der hat schon mit meiner Ankunft... Der hat mich schon gewartet. Ja. Der alte Schlumpf. Papa, Schlumpf. Der rennt ja schon irgendwie so Sorgenfrei durchs Land. Obraben? Shit. Shit. Oh, ein Kluge. Oh, ein Kluge. Äh, Kluge. Äh... Sechser 12. Ich muss jetzt auf... Ich muss jetzt noch nicht. Zwei direkt hintereinander... So geht es denn jetzt in den Vieh zu? Ja. Ja ne das passt wirklich sehr gut hier her und so mit dem Kürbis Zeugs und so. Ja für die auch. Das haben sie gut gemacht. Da kann man mal nicht meckern. Da kann man echt nicht meckern. Und ich meckere ja gut und gern. Ja. Die Fotos haben sie schön gemacht. Ich meine sonst ist ja alles auch schön gemacht und so. Halt die Pucks manchmal, das ist... Ja das nervt manchmal ziemlich. Danke. Oh hier ist noch ein Kürbis. Geil. Der wollte jetzt nicht kaputt gehen. Ah ich hab sie sehen. Da, ne Kürbis scheue ich noch. Na hier kann es auch so. Warte ich, ich. Kann es. Wie wird das jetzt so nicht sagen? Ja das stimmt. Das war jetzt nur der Vführeffekt. Der geht nämlich immer da hinten los. Habe ich den Vführeffekt gehört? Habe ich den Vführeffekt gehört? Oh da ist noch ne Dings. Oh ja. Das brauchen wir auch. Da siehst du jetzt hat es nämlich beim ersten Mal so so geklappt. Ja. Ich hab auch extra nichts gesorgt. Nein. Nein. Vorne ist ein anderes. Fast. Mist. Ey alter. Ist auch gut. Boah. Boah. Ja das war ganz schön eigentlich. Ja. Ja. Die standen auf einmal neben da wieder. Geölte Blitz. Ja. Ich hab's gesehen. Links wird geschossen. Muss mal aufpassen. Ja die sind da in diesem blöden Wald. Hört die schön an. Mehr die Teams. Ja. Jetzt muss man bloß noch als Sieger hervorgehen. Ja. Zum Glück ist der Hühnerstall nicht gelegt. Ich glaub da drinne ist einer. Oder warte wo ist der Boss? Da oben ist einer. Da ist grad einer gestorben. Da rennt noch jemand hinterher. Da vorne ist einer grad runter gesprungen. Kamikaze mäßig runter gesprungen. Da vorne, also unter meiner Markierung. Da war grad einer. Da oben in der Lupe. Mhm. Sie schießen schon richtig. Und da hinten. Da hinten ist noch einer. Den in der Lupe hab ich. Ist ja gut. Aber der da hinten noch. Oh. Ich hab einen. Sauber. Da ist noch einer. Der kämpft grad mit dem Gepanzerten oder so. Alter jetzt komm nicht zu uns. Oh. Das fiel hier rum. Nein. Ich hab ihn erwischt. Den Gepanzerten aber nicht ihm. Sehr schön. Okay. Was macht der Gepanzerte? Keine Ahnung. Hängt er in seiner Ecke rum. Das ist gut. Oh. Kämpfst du? Ja. Ich bin gepanzert. Achso. So, warte mal. Jetzt waren das hier drei Leute. Hier ist ein Uppercut, wenn du willst. Ich hab eigentlich. Gern meine. Meine Bornheim jetzt. So einer war ja da oben. Den hast du ja da raus geschossen. Ja. Und. Da wo ich den abgeknallt hab. Unten drunter. Da ist auch noch ein toter. Dann sind es vier. Wo ist der Boss? Ach das ist Rodrigo. Achso. Ja. Also dann sind es vier. Zwei da draußen. Okay. Auch zwei waren doch noch im Wald, oder? Die sind wahrscheinlich nach Port Rica gegangen, oder? Das sind die Typen hier. Hm. Also hier neben der Leiter ist einer. Okay. Und der hat auch einen Uppercut. Hallo. Und der andere ist hier oben. Hm? Winfield und Offizierschläger. Oh ne. Martin, Port Rica haben wenigstens keinen Ausgang dahinter. Mhm. Oh, Anna. Die hat es von allen Seiten gekriegt. Der Saft kam zu mir gespritzt. Übelst. Oh, die kommen langsam zu uns. Achso. Laut Karte. Machen wir uns im Wald, oder? Blöber. Sicher ins Heimvorteil. Aber warte, die sind irgendwo dahinten. Wo wollen die denn hin? Also jetzt. Die wollen runter zum Catfish wahrscheinlich. Die wollen zu Catfish, oder? Müssen die über die Brücke. Ja, die sind vor der Brücke. Einsparungsmantel. Oh, ich sehe es. Die sind an der Brücke, Alter. Hat ein Hit? Sind die schon drüben? Ja. Scheiße. Die laufen, Alter. Die laufen, die haben sich auch verteilt. Der eine ist dort, der andere ist hier. Ja. Da sind die Säcker. Oh, sie laufen schon weiter. Ja. Das sind Schüsse, ey. Nehmen wir einfach die Beine in die Hand. Da hinten. Auf den Pelz gekriegt haben. Auf den Pelz gekriegt haben. Ja, vielleicht. Einer ist tot. Ah ja, ich sehe es. Wo ist dein Partner? Da. Habe ich ihn retzten. Habe ich es erwischt? Ne. Der wirft eine Schockbomb. Bis hier hinten? Ja. Ist doch rot. Sehr schön. Na, da wusste ich eben. Ne, und? Tja. Tod seid ihr, ihr Scheißhaufen. Hättet ihr euch mal zum Kampf gestellt, wie sich das hier hört? Aber ey, der, die sind, glaube ich, wirklich schon ein paar Mal verreckt, weil, den habe ich einmal angeschossen, der ist gestorben. Na, ich habe ihn noch einen verpasst. Ach so, und dann hat er sich hier, okay. Mhm. Ich habe ihn stehen geort. Ich dachte, er war schon tot. Durch meinen Hit. Ja. Das ist sehr schön. Mhm. Doch, der, denkst du, dass, dass dein Handler aufgehört hat zu husten, dann hustet der einfach noch mal. Hahaha. Oh man, wenn du denkst, du hast die Köder. Eint der an mir vorbei? Ja. Ey. Alter. Das war doch jetzt wieder mal eine schöne Runde nach meinem Geschmack. Ja. Vor allem, jetzt hat es sich endlich mal wieder gelohnt. Ja. Jemanden mit einem Bounty hinterher zu rennen. Naja, manchmal lohnt es sich halt. Ja. Ich brauche Munition. Und ich guck mal kurz. Keinen gesehen. Sehr schön. Aber vielleicht finden wir ja noch die Scheucher, Körperscheucher und Körpisser bis Körpisser. Körpisser. Er hat Körpisser getrunken. Körpisser. Körpisser. Munition. Kompakte Munition. Okay. Körpisser. 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 Ja, die enden verrückt. Ja. Körpisser. Weg hier. Wir haben sie weg, Viehzeug. Ei. Ei. Das ist eigentlich meine tägliche. Töte 7. Töte 7 im Nahkampf Gepanzerte. Töte 7 im Nahkampf Gepanzerte. Töte 7 im Nahkampf Gepanzerte. Das ist Handtisch. Mhm. Mhhhhhh. Ich bin dran leert. Panbis. Mhhh. Mhhh. Naja. Na ja. Die nächste Handfolge, die übermorgen rauskommt. Da gibt es auch Handtisch. Töte 7 Schwammmutter. Das ist meine tägliche. Echt? Im Nahkampf. Achso. Ne. Bei mir steht da bloß Töte 7 Schwammmutter. Ja, kurz und bündig. Was für ein schöner, erlesener Ran. 16 Minuten. Kann man fast ungeschnitten durchlaufen lassen. Geil. Wie viel habe ich umgebracht? 6? 2, 4, 5. 4, oder? 5. Ach stimmt, du hast ja noch einen. Das war doch mal wieder. Und vor allem, es hat sich super gelohnt, sich in den Fighten reinzumachen.